Euch wird sicherlich nicht entgangen sein, dass wir gerade in so einen kleinen Sommerregen geraten sind. Wer darauf keine Lust hat, für den haben wir auch noch einen Tipp, bei dem ihr definitiv trocken bleibt. Denn das einzige, was hier fließt, sind die Tränen der Rührung, wenn die Musik erklingt. Ja, das Ruhrgebiet ist auch Musicalstandort. Ganz besonders bekannt ist natürlich Starlight Express. Seit 1988 wird das Stück in Bochum aufgeführt. Mehr als 16 Millionen Zuschauer haben seitdem das Musical hier verfolgt. Und die Show ist auch tatsächlich atemberaubend. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern sausen die Darsteller über das Parkett und die Publikumsränge. Die aufwendige Beleuchtungsanlage mit 800 Scheinwerfern, 60 Farbwechseln und Lasern taucht die Bühne dabei in immer neues Licht. Wem das alles zu rasant ist, kein Problem. Das Ruhrgebiet hat natürlich auch eine Menge Alternativen zu bieten. In Oberhausen wird derzeit das Musical Tarzan aufgeführt. Und ansonsten gibt es in den Großstädten jede Menge Theater und Bühnen, auf denen ihr Schauspiel, Tanz und Comedy erleben könnt. Das war ein kurzer Ausschnitt aus unserem Urlaubsvideo aus dem Ruhrgebiet. Wenn ihr noch mehr Urlaubstipps haben möchtet, dann schaut euch mal da unten. Und ich sage Holiday, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar.